Georg Vogelsang war ein bayerischer Volksschauspieler, der seine größten Erfolge mit der Darstellung ERD und Hämmert verbundener, bajuwarisch-äpischer Typen feiern konnte, leben. Der gebürtige Münchner hatte seit 1903 Theater gespielt und vor allem auf Bauernbühnen gestanden. Er war ein langjähriges Mitglied des Schlierseer Bauerntheaters und trat mit dem Ensemble zu Beginn der 1920er Jahre auch in einer Reihe von Dramen, Lustspielen und Volksstücken vor die Kamera. Produziert wurden diese oft recht holzschnittartig umgesetzten Volksstücke von einer eigens gegründeten Firma Schliersee Volkskunstfilm, zumeist unter der Regie von Franz Eitz Senior. Erst 1938 begann Georg Vogelsang regelmäßig als Filmschauspieler zu arbeiten. Er blieb seinem Genre, dem bayerischen und elpischen Volksstück, treu. In seinen verbleibenden 14 Lebensjahren hauchte er zahlreichen bayerischen Typen Leben ein, anfänglich vor allem in Heimatfilmen der Regisseure Paul May, Seitz und Joe Stöckel. Vogelsang spielte knorrig-kauzige, bodenständige Typen jedweder Couleur wie den Schmied in Der arme Millionär, den Bürgermeister und Gastwirt in Drei Väter um Anna, den Großknecht in Der ewige Quell und den Rosenbauer Nicodemus in Die Geier-Walli. Aber auch in Filmen wie etwa den beiden Römern Lustspielen um den Bruchpiloten Quacks und der Feuerzangenbowle sorgte Georg Vogelsang meist für die humorige, bayerische Note. Trotz seiner intensiven Filmtätigkeit blieb Georg Vogelsang bis zum Lebensende auch weiterhin dem Schlierseer Theater verbunden. Filmografie, 1918, Der schwarze Jack, 1920, Der bayerische Hiasel, 1920, Der Christus von Oberammergau, 1920, Die Gemeinde von Sankt, Helene und ihr Kaplan, 1920, Der ausgestoßene, 1922, Jägerblut, 1925, Der Fluch der bösen Tat, 1938, Die Pfingstorgel, 1923, 1938, Der Edelweißkönig, 1939, Der arme Millionär, 1939, Drei Väter um Anna, 1939, Der ewige Quell, 1940, Die Geier-Walli, 1940, Die unvollkommene Liebe, 1940, Hochzeitsnacht, 1940, So gefällst du mir, 1940, Wetterleuchten um Barbara, 1941, 1941, Quacks der Bruchpilot, 1942, Himmelhunde, 1942, Der Ochsenkrieg, 1942, Der ewige Klang, 1943, Schicksal am Strom, 1943, Die Feuerzangenbohle, 1943, Gabriele Dambrone, 1944, Quacks in Fahrt, 1944, 1944, Das Hochzeitshotel, 1944, Orient Express, 1945, Wir sehen uns wieder, 1945, Wir Maler, 1945, Die Kreuzelschreiber, 1948, Die kupferne Hochzeit, 1949, Das Geheimnis der roten Katze, 1949, Wer bist du, den ich liebe, 1949, 1949, Königskinder, 1950, Frühlingsromanze, 1950, König für eine Nacht, 1950, Die Tat des Anderen, 1950, Grenzstation 58, 1951, Rausch einer Nacht, 1951, Der letzte Schuss, 1952, Die schöne Telsen, 1952, Heimatglocken, 1952, Zwei Menschen,